Hallo meine Lieben und Willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich Musik-Kendys zeigen. Ups, tschuldigung. Ähm, ungefähr, ungefähr so 5 bis 10. Ich muss gucken von der Zeit her und bin gemühe, dass es nicht zu lang wird. Und da sag ich mal, legen wir los. Hallo. So, ich hab das erste Musik-Kendys raus, also von Lukas Riga. Also, Lukas Riga mag ich eigentlich schon von Anfang an. Und deswegen gibt's da eigentlich gar nichts zu sagen. Ist einfach nur perfekt. Ähm, dann zeig ich euch eins von, ähm, einem... Also... Es sieht jetzt nicht gerade so aus, dass es ähm... Also, er behauptet halt, dass er nicht berührend wär. Also, ich find schon, dass er berührend ist. Weil er halt halt schon... 88,3 Ks an Likes und herzlichen 100 mal 93 Stücke. Also, ich lass nochmal laufen, weil ich es nicht gesehen habe. Vielleicht zu kurz, ich weiß nicht warum. Dann zeig ich euch noch, ähm... Wenn man es laden würde, dann wäre es perfekt. Ist das das Musik-Kendys? Ja. Okay, also, diese Person kenn ich auch privat. Sie ist einfach mal... Jetzt muss ich grad... Perfekt in Musik-Kendys machen. Von daher... Gibt's da eigentlich gar nichts zu äußern. Weil... Das eine Person, die über andere Musik-Kendys halt... Redet und lässt da. Von daher mache ich mir da eigentlich nichts draus. Und frage ich mir einfach mal, was wir machen. Von daher... Ähm, dann hab ich noch eins rausgesucht. Das ist grad am Laden. Neudor. Das ist grad am Laden. Neudor. Das ist grad am Laden. Das ist grad am Laden. Neudor. Das ist grad am Laden. Auf der Schirm. Auf einer Optik, ja. Wisst ihr? Ähm... Mhm. 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 Wartet kurz. Oh, Mann. Das ist immer so lange drauf. Ja. Aber... Es gibt... Es gibt... Es ist nicht jeder perfekt. Aber... Man muss halt halt jetzt auch nicht damit... Ähm... Wie soll ich das erklären? Ich weiß nicht. Es gibt manche Leute, die wollen Likes haben und so. Und es wird behauptet, dass man die Likes kaufen würde. Was noch nicht mal stimmt. Ja. 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 Ich hab halt... Was? 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 Ähm Was ist das? 100 Euro Schein Was soll das sein? Los Sei stärker als diejenigen die dich fertig machen Ich mach das Ich mach das jetzt extra Ja Ja Ja, mein Ohr hat aufgedrückt Sei stärker als diejenigen die dich fertig gemacht haben Warum? Sei stärker als diejenigen die dich fertig gemacht haben Sei stärker als diejenigen die dich fertig gemacht haben Sei stärker als diejenigen die dich fertig gemacht haben Okay Ähm Damit war es das auch eigentlich schon Ich wollte mich bedanken dass ihr neu reingeschaut habt Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss